Wir sind's, Uli Müller und Steffen Lukas von Radio PSR und jetzt ist der große Moment gekommen auf der Radio PSR Schnitzeljagd in Markranstedt, heute bei Susann Hendrich. Die Schnitzel sind da! Einmal mit Kroketten. Und Gesicht, guck mal! Genau, und Gesicht. Das sind also Kroketten? Einmal mit Spritzkartoffeln. Und das sind Spritzkartoffeln? Oder Herzogin-Kroketten. Gibt's eigentlich keinen großen Unterschied, wa? Ja, die einen sind paniert und die anderen sind im Grunde nicht paniert. Aber alles eine dieselbe Pampe? Genau, so könnte man sagen. Mein Schnitzel ist ein bisschen größer als deins, Uli, was ist denn dazu? Ja, das war wieder typisch. Na, wie hast du das gemacht? Was hast du getan? Ach, ich will's gar nicht wissen. Charme, Charme, sag ich da nur. Und das auch sehr schön hier mit der Rohkost, finde ich sehr gut. Das Setzei, wie wir Karl-Marx-Städter sagen, nicht zu lovsch und nicht zu fest. Und wie ist das in diese runde Form gekommen? Ist der Knaller, oder? Ich find's genial. Also wir entschuldigen uns für diesen kurzen Augenblick und werden das jetzt aufmampfen. Wenn's schmeckt, 500 Euro für die Susann in Markranstedt.